Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Tinnitus oder das Pfeifenklingeln im Ohr. Und als Expertin haben wir Frau Brüser-Prayer, Direktorin der H&O-Klinik, an den Videokliniken gewinnen können. Willkommen, Frau Brüser-Prayer. Hallo. Was ist Tinnitus? Wie ist das definiert? Man unterscheidet zwei Sorten von Tinnitus. Das eine ist ein Geräusch oder Ton, der im Ohr gehört wird, den man mit einem Ohrstethoskop, also auch der Arzt, hören kann. Und dann gibt es den subjektiv empfundenen Tinnitus, den man von außen nicht hören kann und der in der Hörbahn generiert wird. Gibt es unterschiedliche Schwere gerade? Genau. Also die meisten Schwerhörigkeiten sind wohl von Tinnitus begleitet. Auf jeden Fall findet man bei den Tinnitusfällen sehr, also in den meisten Fällen auch eine Schwerhörigkeit. Es muss aber jetzt nicht ein eigenständiges Krankheitsbild sein, sondern es ist einfach ein Symptom der Schwerhörigkeit. Problematisch wird es, wenn eben dieser Tinnitus, dieses Geräusch für den Patienten so belastend wird, dass es dann ein eigenständiges Krankheitsbild wird. Und dann der Tinnitus eigentlich im Vordergrund steht und die Schwierigkeit tritt in den Hintergrund. Ist dieses Geräusch objektivierbar? Wir können in der Tonordiometrie das simulieren, das Geräusch, und der Patient kann uns sagen, so ungefähr klingt das, aber es ist nicht hörbar, also nicht objektivierbar. Gibt es denn Ideen, was da im Gehirn abläuft? Also es ist noch nicht ganz mit letzter Sicherheit entschieden, ob das in der Hörschnecke entsteht, am Hörnerven oder tatsächlich in dem später verarbeitenden Zentrum im Gehirn. Aber man glaubt, dass da, wo eben die Schwerhörigkeit ist, eine Lücke entsteht und dann im Gehirn Inhibition wegfällt und dass das dazu führt, dass man ein Geräusch hört. Gibt es Ursachen für Tinnitus, also sagen wir Stress, Lärmbelastung oder sowas? Ja, also ganz tatsächlich ist es so, wenn jetzt die Tinnitus ein eigenständiges Krankheitsbild ist, dann findet man sehr häufig auch andere Stressfaktoren, die diese Betroffenen haben. Sei es irgendwelche geänderten Lebensumstände, Partnerverlust, Arbeit, Stress bei der Arbeit oder diese Dinge. Und die führen dann verstärkend zu dem Tinnitus. Sie haben eben schon gesagt, also gewisse psychosoziale Ansätze. Gibt es auch psychologische Ursachen, psychische Ursachen? Also die primäre Ursache ist sicher, irgendwo in der Hörbahn zu suchen, definitiv. Aber dass es ein eigenständiges Krankheitsbild wird, was eben dann wirklich eine normale Lebensführung nicht mehr möglich macht. Und somit die Psyche belastet. Das ist tatsächlich über die psychische Belastung. Was kann mich jetzt dagegen tun? Also auch da wieder sollte man zunächst mal einmal das diagnostizieren lassen und untersuchen lassen. Die Schwierigkeit angucken lassen. Manchmal muss man auch eine Bildgebung machen und gucken, ob vielleicht zum Beispiel... Also Bildgebung heißt Kernspinnen? Ein Kernspinnen, um zum Beispiel zu gucken, ob ein gutartiger Tumor am Hörnerven das verursacht. Das will man natürlich wissen. Also das sollte man schon schauen. Und dann gibt es verschiedene Ansätze heutzutage. Zunächst mal ist es wichtig, dass man eingrenzt, wo kann jetzt hier die Ursache sein in diesem individuellen Fall. Und dass man vor allem Angst nimmt. Weil manche Menschen, die jetzt ein Tinnitus zum ersten Mal erleben, haben halt Angst, sie hören Stimmen, sie werden jetzt psychotisch krank, müssen bald in die Psychiatrie. Das ist Unfug, das Tinnitus hat damit gar nichts zu tun. Und oft ist es so, wenn man es versteht, dass es eigentlich harmlos ist, dann kann man auch gut damit leben. Problematisch wird es ja immer erst, wenn es dann eigenständig wird. Und was kann man sonst noch dagegen tun? Kann man mit anderen Geräuschen dagegen arbeiten? Genau, also man kann zum einen eine gute Hörgeräteversorgung machen, um die Schwierigkeit auszugleichen. Es gibt auch spezielle Neuser-Geräte, die auch der Hörgeräteakustiker anpasst. Neuser heißt jetzt Geräuschmacher, neustes Geräusch. Die machen zum Beispiel ein Rauschen, das über das Ohrgeräusch drübergelegt wird. Dieses Rauschen beschäftigt die Hörbahn und dadurch kann der Tinnitus dann nicht mehr generiert werden. Man kann sich auch einfache Dinge, ein Zimmerspringbrunnen, ein Aquarium, im Sommer macht man beim Arbeiten das Fenster auf, hat dann Straßenlärm in der Wohnung. All diese Dinge beschäftigen die Hörbahn und damit wird der Tinnitus in den Hintergrund gedrängt. Also wirklich physiologisch. Hilft es, die Lebensführung zu verändern und Tinnitus zu behandeln? Mehr in den Wald gehen zum Beispiel? Genau, also alles, was dem Menschen, der betroffen ist, gut tut, das ist auch nicht gut für den Tinnitus. Jetzt gibt es ja Tinnitus-Apps. Ja. Ist das einfach nur Mode, ist das Zeitgeist oder haben die einen Wert? Es ist Mode, es ist Zeitgeist, aber es hat sicher auch einen Wert, in dem damit der Betroffene selbst ein Instrument in die Hand bekommt, mit dem er was gegen seinen Tinnitus holen kann. Nichts infected mit ihrem Gehirnкус. Ja, aber das ist wichtig, wenn wir nicht erzonyen werden. Eine, also wollen wir golden und test, Können die Eheer irgendwascer